Wir sind heute hier im Grillador und am Samstag wird Tim Rauhe zu Gast sein und darüber will ich mit Freddy Kappenstein sprechen. Freddy, Tim Rauhe, ein sehr, sehr bekannter Koch in Deutschland. Wie sehr freut ihr euch auf Samstag? Ja, sehr. Also wir freuen uns. Sehr bekannt, Star-Koch in Deutschland. Ich glaube, einer der Besten, die es in Deutschland gibt. Er kommt am Samstag zu uns und sowohl die Mitarbeiter als auch viele Kunden sind schon sehr aufgeregt. Was können wir uns erwarten? Was wird passieren? Also er wird gegen Viertel vor zwölf eintreffen. Es werden zwei auserwählte Gäste, die vorher gezogen worden sind, mit ihm auf der Bühne grillen und alle anderen können dabei zuschauen, können ihm über die Schulter gucken und das glaube ich was ganz Besonderes. Und im Anschluss jedes Grillens hat man die Möglichkeit, ein Autogramm oder ich glaube, heute ist ein Selfie angesagt, da ein Selfie mit ihm zu machen. Was erwartest du dir, was erwartet ihr euch vom Grillador, dass so ein Koch bei euch im Haus ist? Ja, dass die Leute das einfach genießen, dass einer von der Größe, von der Kochgröße einfach ein Remscheid ist, dass die Gäste Spaß haben. Remscheid hat das verdient, dass so auch einer mal in unserer Region ist und auch die Mitarbeiter sollen einfach Spaß an dem Tag haben, den Tag genießen und mal so ein Vollprofi über die Schulter schauen. Leute, die jetzt gerade den Beitrag bei uns sehen und sagen, oh, Tim Rauer, würde ich mir gerne mal den Live angucken, können die Leute einfach vorbeikommen? Ja, Eintritt ist frei, bei uns braucht man keine Karten. Ja, ab 10 Uhr am besten vorbeikommen, da öffnen wir die Erlebniswelt. Genau, dann hat man die besten Plätze, er wird auf einer Bühne stehen. Ja, ich wünsche einfach allen super viel Spaß. Freddy, vielen lieben Dank für dieses Interview. Also am Samstag Tim Rauer hier zu Gast im Grillador und wir werden vorbeischauen und auch mit ihm sprechen. Vielen Dank.